Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 56 Der Chronist Thomas Walsingham beginnt seinen Bericht über das Jahr 1381 mit alarmierenden Worten. Er schreibt, Zitat Zitat Ende Man merkt es deutlich. Als braver Benediktinermönch hat Walsingham keinerlei Verständnis für Auflehnung gegen die gottgewollte Ordnung. Ein anderer Beobachter, der bürgerliche Chronist Jean Frossat, sieht die Sache etwas differenzierter. Er meint, Zitat In England ist es wie in vielen Ländern üblich, dass die Adeligen große Privilegien über das gemeine Volk haben und es in Knechtschaft halten. Das heißt, dass die einfachen Leute nach Gesetz und Brauch das Land der Adeligen pflügen, das Getreide ernten und es zurück in die Scheune des Herrenhauses tragen müssen, um es zu dreschen. Sie sind auch verpflichtet, das Heu zu mähen, das Holz zu hacken, es zum Gut zurückzubringen und weitere solche Aufgaben zu verrichten. Diese Männer müssen alle diese Dienste für ihre Herren leisten und die Last ist für die Menschen in England schwerer als anderswo. Die Adeligen und hochrangigen Kirchenmänner müssen von ihnen bedient werden, insbesondere in den Grafschaften Kent, Essex, Sussex und Bedfordshire, wo es mehr von ihnen gibt als im übrigen England. Diese unglücklichen Menschen in allen genannten Gegenden begannen sich aufzulehnen, denn sie sagten, dass sie zu stark ausgebeutet würden und dass es am Anfang der Welt keine Leibeigenen gegeben habe und keiner ein solcher sein könne, es sei denn, er habe Verrat an seinem Herrn begangen, so wie Luzifer an Gott. Aber sie seien weder Engel noch Geister, sondern Menschen, die nach demselben Bild geformt seien wie ihre Herren, die sie wie Tiere hielten. Das konnten sie nicht länger ertragen und wollten gleich behandelt werden. Wenn sie Pflügen oder irgendeine Arbeit für ihren Herrn verrichten sollten, wollten sie dafür bezahlt werden. Zitat Ende Man ahnt es schon, solche unmäßigen Forderungen können nur ins Chaos führen. Heute geht es um Die Peasants' Revolt Teil 1 Auch wenn es nach diesen Zitaten so erscheint, der Aufstand von 1381 ist keine Revolte der Leibeigenen. Ende des 14. Jahrhunderts gibt es nur mehr wenige Leibeigene in England. Sie sind die Ärmsten der Armen und haben keine Möglichkeit, sich effektiv zu organisieren. Die Wahrheit ist komplizierter. Die englische Wirtschaft ist sehr vielfältig geworden. Vor allem im Südosten gibt es eine florierende Marktwirtschaft. Die einfachen Menschen in England sind nicht nur Leibeigene oder arme Pächter. Sie üben viele verschiedene Berufe aus. Die einfache Bevölkerung der ländlichen Gemeinden lebt in Dörfern. Ein Dorf besteht in der Regel aus verstreuten, strohgedeckten Häusern, in denen kleine Familien leben, meist drei oder vier Personen. Die Dörfer sind organisierte Siedlungen mit fixen Strukturen und Gebräuchen. Rund um das Dorf erstrecken sich drei oder vier große Felder. Es sind meist mehrere Hektar nicht umzäuntes Land, das in Streifen unterteilt wird. Die meisten Leibeigenen sind nach und nach freigelassen worden. Sie haben keine Arbeitsleistungen mehr zu erbringen, sondern zahlen Pacht. In einem Dorf kann es eine Mischung aus Leibeigenen und freien Bauern geben. Viele, deren Vorfahren Leibeigene waren, haben es geschafft, freie Männer zu werden. Einige von ihnen haben damit begonnen, sukzessive mehr Land zu erwerben und andere Männer und Frauen aus ihren Dörfern zu beschäftigen. Solche sozialen Aufsteiger haben natürlich großes Interesse daran, ihr Eigentum gesetzlich zu schützen. Trotzdem bleibt die Abhängigkeit vom Gutsherrn immer bestehen. Es ist eine wechselseitige Beziehung und die Großgrundbesitzer Englands üben beträchtliche politische und rechtliche Macht aus. Dan Jones schreibt, Zitat Der Lord, der als Richter in seinem Herrenhof saß, schützte letztendlich das Eigentum seiner Pächter, was sich auf alle in der Gegend auswirkte. Sollte ein Dorfbewohner in einen Streit geraten, sollte sein Sohn angegriffen oder seine Tochter entführt werden, sollte sein Haus niedergebrannt oder sein Land gestohlen werden, oder sollte er aufwachen und feststellen, dass seinen Schafen die Kehle durchgeschnitten worden war, wandte er sich normalerweise an seinen Herren, um Wiedergutmachung, Schutz oder Urteil zu erbitten. Zitat Ende Das mittelalterliche Leben ist stark hierarchisch geprägt. Die Menschen kennen ihren Platz in der Welt. Das ist untrennbar mit dem Glauben an eine göttliche Ordnung des Universums verbunden. Diese Ordnung hat Regeln, die für alle gelten. Wenn die Ungerechtigkeit zu groß wird, sind die Menschen dazu bereit, aufzubegehren. Seit der Pest gibt es einen Mangel an Arbeitskräften. Als Reaktion darauf werden strenge Gesetze erlassen, die die Freiheit der Bauern einschränken und die Löhne für Dienstleistungen deckeln. Es gärt gewaltig unter der einfachen Bevölkerung. Edward III. hat seinem Volk mit seiner ständigen Kriegsführung ein Vermögen gekostet. Aber zumindest haben die Menschen Erfolge gesehen. Für diejenigen, die sich an seinen Feldzügen beteiligen, hat es Ruhm und reiche Beute gegeben. Dem Rest von England bleibt zumindest das Bewusstsein, eine mächtige und siegreiche Nation zu sein. Jetzt gibt es nichts davon, nur Niederlagen und ständig neue Rechnungen. In Zeiten großer Siege durch heldenhafte Könige sind die Menschen durchaus bereit dazu, ihren Beitrag für eine gut gefüllte Kriegskasse zu leisten. Aber wenn, wie nun, die Erfolge ausbleiben und das Volk trotzdem ständig mehr Steuern entrichten soll, regt sich Widerstand. Die Steuern werden von der Krone eingefordert und vom Parlament beschlossen. Der König oder seine Minister erklären, wofür sie das Geld benötigen. In der Regel ist das ein Feldzug. Die Parlamentarier antworten, dass sie eine solche Summe keinesfalls aufbringen können. Dann einigt man sich auf einen Kompromiss. Im Parlament sind neben den Magnaten und den hohen Kirchenmännern seit vielen Jahren auch nichtadelige Personen vertreten. Die Commons. Diese Bezeichnung ist allerdings irreführend. Die Commons repräsentieren keinesfalls das einfache Volk oder den kleinen Mann. Es sind überwiegend Vertreter der Städte, reiche Kaufleute und wohlhabende Ritter, der oberste Rand der Mittelschicht. Es ist allen klar, dass England in Gefahr ist. Kurz nach der Thronbesteigung von Richard II. hat Frankreich an mehreren Fronten den Krieg wieder aufgenommen. Erstmals ist die Insel selbst bedroht. Frankreich und Kastilien haben bereits versucht, eine Invasion zu starten. Die Krone benötigt dringend Geld. Für Vergeltungsmaßnahmen, aber auch zur Befestigung und Verteidigung des Landes. Die Bedrohung ist sehr real. Das ist auch den Commons klar. Aus diesem Grund sind auch mehrfach Steuern bewilligt worden. In einer Zeit extremer Einkommensunterschiede ist eine einheitliche Kopfsteuer kein sehr gerechtes Modell. Trotzdem hat es bereits zwei davon gegeben. Im Jahr 1378 werden von jeder Person in England, die älter als 14 Jahre ist, vier Schillings eingehoben. Vier Schillings sind etwa ein Tageslohn für einen qualifizierten Handwerker oder zwei Tageslöhne für einen Landarbeiter. Die Gemeinden werden in ihrer Gesamtheit veranlagt. Sie können die Steuerlast nach eigenem Ermessen aufteilen. Das sorgt für einen gewissen Ausgleich und für Akzeptanz. Bei der zweiten Kopfsteuer wird das Einkommen sogar direkt berücksichtigt. Es gibt eine lange abgestufte Liste von Steuersätzen für jeden Stand, vom Herzog bis zum Knecht. Das kommt, soweit es bei Steuern möglich ist, gut an. Nun aber fordern die Lords eine pauschale, universelle Steuer von 16 bis 20 Schillings pro Person. Auch den ignorantesten unter ihnen muss klar sein, dass das eine absurde Erhöhung ist. Wie auch immer die Gemeinden die Zahlungen verteilen, eine Kopfsteuer in dieser Höhe würde viele Menschen urinieren. Die Lords schlagen zwar vor, die Wohlhabenden dazu zu verpflichten, den Armen zu helfen, aber das ist auch keine gangbare Lösung. Die Commons bleiben hart. Sie erklären, dass der Vorschlag der Lords geradezu skandalös sei. Es sind die Vertreter der Städte und Gemeinden, die später ihren Mitbürgern erklären müssen, was sie da ausverhandelt haben. Mit einem derartigen Beschluss nach Hause zurückzukehren, ist undenkbar. Schließlich einigt man sich auf einen Kompromiss. Die Commons stimmen der Einhebung von 100.000 Pfund zu. Ein Drittel davon soll der Klerus aufbringen. Die Bischöfe und Äbte im Parlament schimpfen und protestieren. Sie verkünden empört, dass es dem Parlament nicht zusteht, solche Summen von ihnen zu verlangen. Ihre Beschwerden werden ignoriert. Die arbeitende Masse, die die Hauptlast zu tragen hat, hat überhaupt kein Mitspracherecht. Anfang Dezember 1380 ist die Steuer formell ausgearbeitet. Zwei Drittel sollen sofort eingezogen werden. Ein weiteres Drittel soll bis zum Sommer folgen. Wenn alles nach Plan läuft und die Eintreiber ihre Arbeit erledigen, wird das Land im darauffolgenden Sommer wieder wehrhaft und geschützt sein. Es ist wohl vorgesehen, dass die Bessergestellten den Armen helfen sollen, aber wie das zu geschehen hat, ist nicht definiert. Die unteren Einkommensschichten tragen den Großteil der Last und sie ärgern sich darüber. Die einfachen Leute sabotieren den Beschluss. Zunächst einmal gewaltfrei. Mit einem Mal gibt es viel mehr Steuerzahler als Steuerzahlerinnen. Die Existenz vieler Frauen wird verschwiegen. Junge Mädchen, verwitwete Mütter, Tanten und Schwestern verschwinden in großer Zahl von den Listen. Da es keine neue Seuche gegeben hat, können diese Damen kaum alle verstorben sein. Das ist auch den Beamten des Excheckers bewusst, aber sie können schwer von Haus zu Haus gehen und selbst nachzählen. Etwa 450.000 steuerpflichtige Menschen von 1377 sind drei Jahre später, zumindest auf dem Papier, verschwunden. Das ist ein gigantisches Fünftel der Gesamtbevölkerung. Im Januar werden die Sheriffs und die Steuereintreiber angewiesen, unabhängige Untersuchungen über die Zahl der Abgabepflichtigen durchzuführen. Einen Monat später wird ihnen mitgeteilt, dass sie die Eintreibung beschleunigen müssen. Die eingenommenen Beträge liegen weit unter dem, womit die Krone gerechnet hat. Die Staatskasse füllt sich nur langsam. Im März versammeln sich die Steuereintreiber in Westminster. Etwas betreten präsentieren sie den traurigen Stand ihrer Konten. Spätestens jetzt ist allen klar, dass die Steuerhinterziehung ein gewaltiges Ausmaß angenommen hat. Die königlichen Beamten werden angewiesen, wieder auszuschwärmen und die vermissten Personen zu finden. Mitte März ist die Regierung mit ihrer Geduld am Ende. Die Mitglieder des Königlichen Rates sind wütend. Sie machen Korruption und Unehrlichkeit auf Seiten der Eintreiber und der lokalen Politiker verantwortlich. Als Reaktion darauf werden königliche Kommissionen eingesetzt, die ergründen sollen, was auf dem Land vor sich geht. Diese Kommissionen werden mit dem Auftrag entsandt, Kopien der ursprünglichen Veranlagungen zu inspizieren und ihre Ergebnisse mit den Eiden der Wachtmeister und Landvögte jedes Dorfes und jeder Gemeinde zu vergleichen. So sollen sie die tatsächliche Zahl der Steuerzahler ermitteln. Sie werden angewiesen, den Fehlbetrag einzuheben und an die Staatskasse abzuführen. Der Termin für die endgültige Zahlung des gesamten Steuerbeitrags der Commons in Höhe von 66.666 Pfund wird von Anfang Juni auf Ende April vorverlegt. Die Kommissionen erwerben sich schnell den Ruf, hässliche Methoden anzuwenden. Ihre offizielle Anweisung lautet, ergreift und verhaftet alle, die ihr in Opposition oder Rebellion gegen die obigen Befehle findet. Diese Männer sollen in Gefängnissen festgehalten werden, wo sie bleiben sollen, bis wir für ihre Bestrafung sorgen. Jedem Inspektor werden dafür zwei schwer bewaffnete Soldaten aus der Leibwache des Königs zur Seite gestellt. Ein neuer Schatzmeister wird ernannt, Robert Hales, ein Mann mit großer Erfahrung. Er war der Prior des Johanniterordens, war auf Kreuzzug in Zypern und ist ein Mitglied des Regentschaftsrates. Nun besteht seine Aufgabe darin, dafür zu sorgen, dass die neue Kopfsteuer von allen gezahlt wird. Robert Hales freut sich wahrscheinlich über seine neue Rolle und erwartet zweifellos Ruhm und Ehre. Tatsächlich endet der vermeintliche Karrieresprung für ihn fatal. Schon bald kursieren Gerüchte über die rauen und respektlosen Methoden der Kommissionen. In einem Dorf soll ein Kommissar Zitat Schamlos die Röcke der jungen Mädchen hochgehoben haben, um zu prüfen, ob sie Geschlechtsverkehr mit Männern gehabt hatten. Zitat Ende Damit wären sie steuerpflichtig geworden. Die Eltern sind empört und verbieten sich das unerhörte Verhalten. Ein Chronist schreibt Zitat Viele würden lieber für ihre Töchter zahlen, als sie auf so schändliche Weise berührt zu sehen. Zitat Ende Im Osten des Landes scheinen die neuen Kommissare ihre Arbeit besonders ernst zu nehmen. Es werden über 20.000 neue Steuerpflichtige entdeckt. Auch anderswo verzeichnen die königlichen Beamten ähnliche Erfolge. Die Staatskasse beginnt sich zu füllen, aber die Stimmung in der Bevölkerung droht zu kippen. Im April lehnen es die Sheriffs von London ab, die Steuer einzuziehen. Sie befürchten Unruhen in der Stadt. Robert Hales täte gut daran, ihre Bedenken ernst zu nehmen. Am 30. Mai 1381 trifft ein neuer Kommissar im Dorf Brentwood in Essex ein. Bei ihm sind die beiden unvermeidlichen bedrohlichen Wachmänner und vor ihm steht Thomas Baker aus dem kleinen Dorf Fobbing. Thomas Baker ist vielleicht kein bekannter Name, aber er ist ein Held in Fobbing. Wer Fobbing besucht, kann einen Metallbogen besichtigen, der zu Ehren von Thomas Baker errichtet wurde. Der königliche Kommissar waltet seines Amtes. Er befiehlt Thomas, für Fobbing zu zahlen. Thomas Baker sagt Nein. Er erklärt, dass er und seine Nachbarn bereits genug gezahlt hätten. Das Maß ist voll. Mehr geht nicht. Der Kommissar ist erstaunt. Dann wird er wütend. Er befiehlt seinen Serschanten, den Unruhestifter zu verhaften. Die Serschanten sehen sich um. Sie sind kräftig und gut bewaffnet, aber nur zu zweit. Rund um sie stehen mehr als 100 angespannte Dorfbewohner. Die Dörfler haben keine Schwerter, aber Messer, Knüppel, Pfeile und Bögen. Nach kurzer Kontemplation beschließen die Männer des Königs, einen geordneten Rückzug anzutreten. Unter dem Jubel der Anwesenden besteigen sie ihre Pferde und reiten davon. Thomas Baker und die Dorfbewohner haben kaum die Absicht, einen nationalen Aufstand auszulösen. Aber als die Euphorie nachlässt, bekommen sie es mit der Angst zu tun. Ohne Frage wird der Kommissar mit beträchtlicher Verstärkung zurückkehren. Thomas und einige seiner Freunde verbringen die Nacht im Wald. Aber das ist kein Dauerzustand. Vielleicht ist in diesem Fall doch Angriff die beste Verteidigung. Am nächsten Tag kehren sie in ihre Dörfer zurück. Sie berichten ihren Verwandten und Nachbarn von den Ereignissen. So fängt es an. Laut der Anonymalkronik beginnen mehr und mehr Männer, Zitat, Am Pfingstsonntag, dem 2. Juni, ist klar, dass es in ganz Essex hunderte von Männern und Frauen gibt, die dazu bereit sind, zu protestieren. Die Frage ist nur, wie und mit welchem Ziel? Eine große Versammlung wird einberufen. Was dort besprochen wird, ist nicht überliefert. In späteren Gerichtsverfahren heißt es, dass sich die versammelten Dorfbewohner verräterisch gegen den Lord König erheben. Sie schwören zusammenzuhalten und, Zitat, verschiedene Lehensleute des Lord Königs zu vernichten und kein Gesetz in England zu haben, außer dem, dass sie selbst beschließen. Zitat Ende. Die Rekrutierungsmethoden der Rebellen sind mitunter fragwürdig. Thomas Walsingham schreibt, Zitat, Um ihren Plänen eine größere Chance auf Verwirklichung zu geben, begannen Männer aus nur zwei Dörfern, die die Urheber und Hauptakteure dieses Übels waren, sofort Botschaften an jedes kleine Dorf zu schicken. Sie forderten alle, alte Männer ebenso, wie die in der Blüte ihres Lebens stehenden auf, alle Ausreden beiseite zu lassen und sich mit Waffen zu versammeln, so gut sie es vermochten. Diejenigen, die sich weigern würden zu kommen, sollten sich darüber im Klaren sein, dass ihre Güter geplündert, ihre Häuser verbrannt und ihre Köpfe abgeschlagen werden würden. Diese beängstigenden Drohungen zwangen sie alle, zu den Anführern zu laufen. Sie ließen die Arbeit mit dem Pflug, die Aussaat, ihre Frauen und ihre Grundstücke hinter sich. In kurzer Zeit war so eine große Zahl zusammengekommen. Diese Männer waren bewaffnet. Einige mit Stöcken, andere mit rostigen Schwertern. Einige nur mit Äxten, andere mit Bögen von ehrwürdigem Alter und mit einem einzigen Pfeil, von denen die meisten nur eine Feder hatten. Unter tausend solcher Männer wäre es nicht leicht gewesen, auch nur einen zu sehen, der richtig bewaffnet war. Aber da sie so zahlreich waren, glaubten sie alle, dass das ganze Königreich ihnen nicht widerstehen könnte. Zitat Ende Das Vorgehen der Aufständischen ist von Anfang an ausgesprochen gut organisiert. Die ersten Ziele sind sorgfältig ausgewählt. Es handelt sich um Sheriffs, Steuerbeamte, Richter und gierige Vermieter. Kurz gesagt, Männer, die jeder hasst. So wird in Kent ein Richter aus der Stadt vertrieben, als er versucht, ein Gerichtsverfahren abzuhalten. Den örtlichen Geschworenen, die gegen die Dorfbewohner ausgesagt haben, ist nicht einmal das vergönnt. Ihre Köpfe landen auf den Enden langer Stangen. Ein lokaler Sheriff verbarrikadiert sich in seinem Haus. Es wird überrannt, er selbst zusammengeschlagen und alle seine offiziellen Dokumente werden verbrannt. Schließlich bewegt sich der Zug der Rebellen Richtung Canterbury. Mittlerweile haben sie zwei kongeniale Anführer gefunden. John Ball und Watt Tyler. Tyler ist ein Mann aus Essex. Möglicherweise hat er an einem oder mehreren englischen Feldzügen teilgenommen. Auf alle Fälle schafft er es, eine zusammengewürfelte Gruppe von Männern auf langen Märschen und bei Angriffen zusammenzuhalten und zu befehligen. Watt Tyler steigt erstaunlich rasch auf. Schon bald ist er der militärische Anführer des Aufstandes. John Ball ist kein Mann des Schwertes. Er ist ein radikaler Prediger. Als solcher ist Ball der Kirche, den Behörden und dem einfachen Volk seit fast 20 Jahren bekannt. Ursprünglich arbeitet er als Priester in York, zieht aber dann nach Südengland. Der Bischof von Canterbury, Simon Sudbury, lässt ihn dreimal inhaftieren, aber das ficht John Ball nicht an. Er ist ein Mann mit einer Mission. Unablässig predigt er auf Kirchhöfen und öffentlichen Plätzen in der ganzen Region. Dabei wetterte er gegen die Ungleichheit, die Korruption der etablierten Kirche und die Tyrannei der Mächtigen. Balls Philosophie widerspricht der mittelalterlichen Orthodoxie. Erzbischof Sudbury versucht, ihn auf alle möglichen Arten unter Kontrolle zu bringen, droht ihm sogar mit Exkommunikation. Aber gegen Wind lässt Ball erst zur Hochform auflaufen. Er entwickelt eine Ideologie, die ein Ende der Grundherrschaft in jeder Form beinhaltet. Das ist eine Idee, die der Führungsschicht des Mittelalters geradezu ketzerisch erscheint. Watt Tyler und John Ball sind also eine ideale Kombination. der Hauptmann und der Prophet. Militärischer Verstand gepaart mit populistischer Ideologie. Der Aufstand richtet sich nicht gegen die Person des Königs. Wie so oft sind es dessen vermeintlich korrupte Berater, die ins Visier genommen werden. Die Hauptfeinde der Rebellen sind der Kanzler Erzbischof Sudbury, der Schatzmeister Robert Hales und wieder einmal John of Gaunt. Die Rebellen brennen darauf, ihrem jungen König klar zu machen, dass sie seine wahren, treuen Gefolgsleute sind. Wenn die schlechten Menschen erst entfernt sind, wird König Richard erkennen, dass sie ehrliche Leute sind, die das Land repräsentieren und die ihn unterstützen werden. Er wird alle schlechten Gesetze sofort aufheben und zu den goldenen Tagen von Edward dem Bekenner zurückkehren. Das in Edward ist die Idee. Der Aufstand schwillt an und breitet sich bis nach Kent aus. Die Rebellen erreichen Rochester Castle. Die gut bewährte Burg ist ohne Belagerungsmaschinen eigentlich uneinnehmbar. Aber die Wachen verlassen ihre Posten und öffnen den Rebellen die Tore. Rochester Castle wird von Sir John Newton befehligt. Er wird gefangen genommen und ihm wird ein verlockender Vorschlag unterbreitet. Sir Newton soll sich den Rebellen anschließen und ihr aristokratisches Sprachrohr sein. Von Edelmann zu Edelmann verhandelt es sich einfach besser. Sir John Newton ist wenig begeistert, aber das Angebot ist eindeutig von der Sorte, die man nicht ablehnen kann. Voller Zuversicht geht es weiter nach Canterbury. Dort wird er hoffentlich einer der Erzschurken zu finden sein. Der Erzbischof und Kanzler Simon Sudbury. Tausende von Rebellen strömen in die Stadt, gerade als in der Kathedrale die Messe gelesen wird. Nach kurzer Zeit steht die ganze Stadt in Flammen. Der Erzbischof wird nicht vorgefunden, aber dafür wird sein Haus gründlich geplündert. Bottyler trommelt das Domkapitel zusammen. Er fordert die verängstigten Mönche dazu auf, einen neuen Erzbischof von Canterbury zu wählen. Der jetzige sei ein schlechter Mensch. Dann zwingte die Stadtregierung dazu, einen Eid auf, König Richard und die wahren Bürger abzulegen. Tyler erklärt, dass Canterbury von Verrätern unterwandert sei. Nun sei er aber hier, um die Sache zu regeln. Er bitte nur darum, ihm die Namen der Verräter mitzuteilen. Angesichts tausender grimmiger Rebellen ist es mit der Solidarität in der Stadtverwaltung nicht weit her. Drei Namen werden genannt. Die Männer werden aus ihren Häusern gezerrt und kurzerhand hingerichtet. Dann führt Watt Tyler seine Truppen zur Burg. Sie brechen in das Gefängnis ein und befreien vier im Kerker angekettete Gefangene. Dann nehmen sie den Sheriff in Gewahrsam und verlangen, dass sie ihnen alle seine Bücher mit den Rechtsakten der Krone und der Grafschaft sowie alle in seinem besitzbefindlichen königlichen Urkunden aushändigt. Insgesamt etwa 50 Bücher werden auf der Straße aufgetürmt und fröhlich verbrannt. Mittlerweile sind fast zwei Wochen vergangen. Wo sind der König und seine Räte? Sicherlich haben sie sich der Sache längst angenommen. Wahrscheinlich ist bereits eine Armee von Rittern auf dem Weg, um die Rebellen zu vernichten. Es gibt ja auch gleich drei königliche Onkel, die die Truppen anführen könnten. So einfach ist es nicht. Die Sache ist nämlich die John of Gaunt befindet sich in Schottland um zu verhandeln. Edmund of Langley, der Earl of Cambridge, ist mit einer Armee auf dem Weg nach Portugal. Er sitzt in Plymouth und ist mit seinen Truppen in Frankreich unterwegs. Die Rebellen haben wirklich den perfekten Zeitpunkt gewählt. Am 11. Juni trifft ein Bote des Königs im Lager der Rebellen ein. Richard II. und sein Rat fragen höflich nach, warum sich das gemeine Volk so schändlich verhält und ob sie ihr ungebührliches Verhalten bitte einstellen könnten. Das würden wir ja gerne tun, antworten die Rebellen, aber es gibt noch etwas zu erledigen. Wir haben uns erhoben, um euch und das Königreich vor Verrätern zu retten. Das würden wir gern noch zu Ende bringen. Geht das in Ordnung? Es ist eine dreiste Nachricht. Offensichtlich sind sich die Rebellen der Stärke ihrer Position bewusst. Vielleicht meinen sie auch, sie hätten nichts zu verlieren. Natürlich geht das nicht in Ordnung. Kein Verständnis für die Aufständischen. Aber Richard II. ist 14 Jahre alt. Die nächste königliche Armee ist 200 Meilen entfernt. Die Situation ist mehr als bedrohlich für den isolierten royalen Haushalt. Also wird eine überraschende Entscheidung gefällt. König Richard lässt ausrichten, dass er die Rebellen am nächsten Tag persönlich in Black Keys am Stadtrand von London treffen wird. Das Angebot mit einem König zu verhandeln ist fast zu schön um wahr zu sein. Im Vertrauen auf das Wort seines Herrn und angetrieben von der unglaublichen Dynamik der Situation versammelt Watt Tyler seine Männer und marschiert mit ihnen Richtung London. Die Rebellen ziehen nach Black Keys wobei sie eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Dann richten sie sich gemütlich ein, lauschen den Predigten von John Ball und warten auf ihren König. Und tatsächlich Richard der Zweite kommt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit.